Ich hatte noch eine Spielwelt, die schon etwas älter war, als Datensicherung auf meinem PC liegen. Diese Welt wollte ich auf meinem Nitrado-Server laden und unter Version 1.13 spielen. Dieselben Leute, die damals auf dem Server spielten, konnten sich nun allerdings nicht mehr verbinden. Fehlermeldung, BadPacketID27. Im Internet findet man zwar recht viel über diesen Fehler, aber das meiste, was ich gelesen hatte, war noch zu Beta-Zeiten von Minecraft. Also begann ich selbst Nachforschungen zu betreiben. In den Server-Logs steht, dass der Server diesen Spieler nicht in der Mojang-Spieler-Datenbank authentifizieren kann. Also habe ich kurzerhand auf Nitrado meine Minecraft-Spielwelt als Offline-Server betrieben. Der Begriff Offline-Betrieb ist hier etwas irreführend. Es handelt sich eher um eine Art Privatserver. Der Server prüft nun nicht mehr die Entität des Spielers. Als Schnellschuss-Variante funktioniert das. Alle Spieler konnten die Welt betreten und ganz normal bauen. Allerdings waren alle Inventare leer und keine Spieler-Skins verfügbar. Das größte Problem ist jedoch, dass nun auch Spieler mit einer gecrackten Minecraft-Version den Server zugreifen können. Wer den Fehler richtig beheben will, muss folgende Punkte durchführen. Als erstes den Server stoppen. Über Falzilla auf den Server zugreifen und alle Dateien löschen. Über Nitrado eine Minecraft-Neuinstallation durchführen. Nach der Installation den Server wieder stoppen und wieder alle Dateien löschen außer den Ordner PlayerData. Nun kopiert ihr von eurer bestehenden Minecraft-Welt alle Dateien außer den Ordner PlayerData. Dieser darf nicht mitkopiert werden. Wenn alles fertig ist, startet ihr den Server im Online-Modus und alles ist schön. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, liked und kommentiert das Video und viel Spaß beim Spielen. Euer Barrett.